Bonjour, hallo, guten Tag, bienvenue, willkommen bei der Lektion 41, 41, 41 und 1. Hier geht es weiter um das Zählen, das hast du schon erraten. Wir hatten bis 20 aufgehört, oh, bei 20 aufgehört, sorry. Jetzt, was heißt 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60. Da müssen wir ein bisschen aufpassen ab jetzt, denn bis jetzt war es logisch. Es gab eine Logik zum Beispiel, dass zig am Ende, 50, 40, 30 und so, das wurde auch Französisch mit and wiedergegeben. Also 30, 30, 40, 40, 50, 60, also eine Logik. Außerdem hört man bei 30, hört man am Anfang, TR, 30, wie bei 3, 3. Das ist bei 40, noch klar, man hört das K von 4, K ou A von 4. Das ist bei 50, noch klar, 5 am Anfang, 5, 50. 60, 60, ok, das 60, das S-O-I-X, ja, bei 6 sagt man 6, S-I-X. Gut, das ist ähnlich. Aber dann kommt 70 und da hört der Spaß auf. 70 heißt nämlich 60, 10, wörtlich 60, 10. Das wird noch schlimmer, bei 80, das lautet 84, 20, 4 mal 20. Und bei 90 haben wir 90, 4, 20, 10. Es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber so ist es nun mal. Die Schweizer und die Belgier, die machen etwas Logisches. Die sagen bei 70, 70, also 7, 70, bei 80, 80, bei 90, 90. Naja, naja, aber die sind in der Minderheit. Also nochmal, nochmal, 30, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 100. So, so, wir machen bei der Lektion 43 weiter. Ne, bei der Lektion 42, machen wir weiter. Nochmal, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Voilà, so, voilà. Ich bin der Jean-Philippe de Wies. Du willst mehr erfahren, einfach www.jean-philippe-devies.de. Dort gibt es viel mehr zu erfahren. Zu mir, zu meinen Büchern, ich bin Englisch-Resteller. Zu meinen Lern-CDs fürs Französisch. Zu unseren Grammatik-Skripten. Und ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Wenn du die Videos teilst. Wenn du die Videos nett kommentierst. Und wenn du Fragen hast, nicht zu hören. Ich mag Fragen. Merci, à bientôt, à plus tard. Au revoir.